Naja, naja. Naja, heute haben wir einfach kein Glück mit den Folgen. Mal wieder mischen. Haben wir schon so oft abbrechen müssen. Hä, was wichst du da? Entschuldigung, der hat sich so angeboten. Dann geh ich da um mir. Dann fangen wir auf meine Position. Ich glaub ich spinn. Entschuldigung, ich triff eh nix da. Ich bin da gespawnt, dann schläg ich sie gleich hin. Passt nicht für ein Rommenschirm. Wisch können wir da schon. Da sind ja immer nur drei Gewinner. Nein, nein, ich steh schon raus. Wuhuhu. Dabei, hinterbei, hinterbei. Du kannst doch nicht ganz gut decken. Hinter die Küste liegen und vier schießen. Nein, das kannst du nicht. Ich bin nicht noch. Nein, das kannst du nicht. Aber ich stehe jetzt oben. Wieso? Oder von hier so schön wegschießen, alles was aufgeklärt haben wir über dir? Ja, ist ja schön. Ich hab mir dann vorbeigespackt. Ah nein, das ist ein Hacker Huch, sie haben mich entdeckt, sie haben mich gestürmt Ja, wir haben mit dem Raketen auf eine geschossen, war uns lustig Ah, schon wieder gewohnte Position, da gefällt mir das schon besser Der Messiker ist ja gefällt mir nicht ganz Ja Ja, pass mal auf, wenn der vorbeiläuft, schaut, sieht recht witzig aus Ah, nix Du bist Spastiker, Alter Ja Man mag das gar nicht, jetzt nur mit Clamer auslösen und dann isern Vergebt mich mal Jungen, wo seid ihr? Ich weiß ja, warum nicht viel Leute im Gegner-Team sind Also, da habe ich eine recht amüsante Runde, wir haben hier recht viel zum Dorf Und was darf bei dir so? Nicht viel, nicht viel, ich glaube, es kommt kleiner die Treppen auf Einmal jetzt privat Achso Nicht viel, nicht viel Hahahaha Hahahaha Ey, ich bin Gamer, was soll da großartig laufen? Du bist kein Gamer, du bist ein Suchti Sag du aber Suchti Sag ich doch nicht! Ich bin voll brav, Alter Ja, schau deine Steam-Account an Ja, tatsächlich ein wunderhübsches Steam-Account Ja Kommt mit Äh, 15 Stunden, glaube ich, waren es das letzte Mal mehr als ich Wohl geschaut hab Wohl geschaut hab Ja Ja Also hast du 15 Stunden an einem fremdorfzopf? Ja Aha, und dann nimmst du mich Suchti Doch Hallo, wir haben noch Sucht, wo ich die für meine Arbeit beobachtet habe, heimlich Wer geht in der Arbeit im Steam-Online? Ja Wer geht in der Arbeit im Steam-Online? Ja Ja, in der Pause Ja Uh, du hast mich fünf Minuten beobachtet Nein, ich hab dich jedes Mal beobachtet, wenn ich Pause gegangen bin Ja Ja An dem Tag war nix los bei mir in der Arbeit, ich hab da fast alle Stunden die Pause gehen können Ja 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 Demisart Wer hat da Witcher 3 gespielt? Und wer hat da Ghost-Sniper-Warrior gespielt? Und wer hat da das Neues gespielt? Ich weiß gar nicht mehr Nicht viel mehr Ist jeweils auch nicht länger als eine Stunde Dun 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 Wer spielt da jetzt YouTubers live? Ja Ja, dann frage ich die Ja Ja, komm Wie hat sie Ghost-Warrior gespielt? Wie hat sie Ghost-Warrior gespielt? Wie hat sie Wie hat sie Wie hat sie Wie hat sie Geiler Bot Ja Klingt gut aus Ja Weißt du, was drauffahrt ist halt Rentabel 38 in 3 Ehhhh 502 Ich bin gleich jetzt Genau, dann müssen wir neue Gruppen suchen Ich hoffe, dass der geht Wieder draußen? Ich weiß es nicht Nein, der ist weg, der ist weg, der ist weg Nein, da ist er wieder Er ist wieder da Er ist wieder da Leidst du den Typen aus? Dann gehe ich Gehe ich? Ja, gehe Alles klar Dann Dann Ich habe auch vor allem mit schon mehr drin, weil du in Fallout mehr drin hast Ja, das liegt einfach drüber, dass du Fallout einfach gar nicht mehr weiterspielst und nicht mehr weißt, wo es Ende ist Beziehungsweise fast das Ende, Mittelende, komische Sachen Ende, das ist die gleiche Gruppe Ich habe da schon einen Minutemen zum Erfolg geführt, ja Achso, du hast dann auch schon die alten Waffen gefunden von den Minutemen Ja 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 Und was ist das? Das ist ja ganz eine coole, so eine Hardcore Mega Laserwaffen Falsch Ja und, dafür habe ich Witcher fertig gespielt, im Gegensatz zu anderen Ich war fast fertig, dann habe ich neu angefangen, weil ich meinen Computer neu aufgesetzt habe Und deswegen habe ich auch noch neu angefangen Ja, das ist auch nicht mein Problem Doch, du hast mich überzeugt, dass ich neu anfangen soll Ich habe dich überzeugt, ich habe einfach gesagt, ich fange neu an, mache gleich alle Fragezeichen mit Ja, und ich habe ja die Fragezeichen, aber ich schaffe voll viel Nein, ist ja egal Ja, ich habe mich gezwungen, dass ich neu anfangen Fahna Doch Warum hätte ich dich gezwungen? Du hast gesagt, Fahna Du hast mich gezwungen Bei größten Schmerzen Nein, da sind die komischen BP Leute wieder unterwegs Hehehe Das ist einer der Clans hier drin, den mag ich gar nicht Nein, die HGA, da mag ich noch weniger Aber die HGAler sind lustig Dabei sind es keiner, Alter Und trotzdem Ja, die BP Leute drinnen, aber alle mit MP7 immer rum MP7, einen Stryker haben sie dabei Auf Ersten eh schon 100 Sprayer Ja, die Mane haben einen Stryker Ich habe da aber keinen Stryker, der spielt irgendwo anders Das ist ähh Aha Pick nochmal Sack Hier ist Sack, Hanna Was? Das ist einer der nervigsten Clans Und vor allem einer hat Orna rennt normalerweise mit dem Scharf Das ist überhaupt nicht rum Ich finde es lustig, dass die Typen uns immer ausgekickt haben aus der Gruppe Ja, machen wir es mal Das ist aber trotzdem nervig Ja, jetzt bei den ersten Runden Zack, geht wieder vorher, Alter Ja, da ist ein Spray auch noch, Alter Ja, sicher Einen haben sie da vor Einen MG Schützen Und einen Sniper Und zwei MP7 Schützen Und zwei MP7 Schützen Das ist so oft Ja, Trottel, Blut, Chemie Wie gesagt, der nervigste Clan hier Sowas sage ich nicht, weil es mir Spaß macht Ach, doch schon ein bisschen Wow Und MP7 kommt schon wieder Ja, da stehen die Squad im Haus drin mit der MP7 Was für ein Kilo Gegen Level 1 auf jeden Fall Huhuhuhuhuh Wiederhole Hohuhuhu Der hat den größeren durch, Alter Wann habe ich mich gerissen Von den 2 MP7er Ja, das sind schon mittlerweile glaube ich 3 oder so Was ich gesehen habe 3 unterschiedliche Namen mit der MP7 Ja Okay, ich muss das anders machen. Ich muss von der anderen Seite kommen. Werden wir jetzt steppert. Steppern? Nächstes, die stehen meistens zu zweit auf irgendwelchen Flecken rum. Ah, aber jetzt kommt immer einer, der was von hinten deckt. Ich hasse diesen Clan. Bockpass. Mit der MP7, Gott sei Dank, kriegen wir das hin. In der nächsten Runde, Bockpass, da steigen wir nämlich nicht mitten ein. Mal schauen, mal schauen. Für Hoffnung. Der Typ, der auf 13 spielt. Ja. Was hab ich gesagt? Lass uns beim nächsten Mal packen. Du auch, hast du das nicht gewusst, oder was? Na ja, aber... Huch mehr auf die Jungen. Das ist unser Ziel. Eins, zwei, drei, vier... Ah, da kann ich keinen... Ich kann keinen Sniper spielen gegen die Typen. Sicher. Ganz leicht. Ja, das schon. Aber die Typen kommen nicht nur zu filmen, die ich den. Da reißen sie die meistens. Oh. War das nicht schon die zweite? Wir sind erst bei 10 Minuten. Ja. Ja, wir müssen... Kennen Sie da irgendwen? Nein, schaut nicht bekannt aus. Ja, du merkst den Namen sowieso nicht nach drei Tagen. Doch, ich schon. Nein. Doch, ganz besonders ich. Ja, ich muss dir jetzt mal sagen, wie davor schon mal auffällig waren, wer nicht. Ja, ich war auffällig. Ich bin voll der Ultra-Cheat. Ich bin schon so oft Cheater genannt worden. Ich hab Cheats, die sind so gut, ich weiß nicht, ob ich es tut, dass ich so... Aha. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den voll der Hardcore-Skiller, oder? Wenn's dir noch besser geht. So ist. Nein, nicht. Die... Die da brauchen wir. Ich hab' den voll der Hardcore-Skiller. Du hast das nur noch nicht überrissen. Ja. Meine Skills sind so Hardcore, oder? Die sind sogar zu Hardcore für mich teilweise. Wenn's du meinst. Ja, weil du wie oft ausgutest, ich habe schon gemerkt, dass du dich voll überrascht hast. Dass du den Schuss richtig gesetzt hast. Außerdem, du schießt zwei Mal daneben. Drei Mal daneben, vier Mal daneben. Entschuldigung. Daumen instant drauf. Oh, der hat mich erwischt. Der war nervig. Ja, sagt's euch, Herr eislichen Fressen. Jetzt schießt ein bisschen, ich fühl's. Rrrr, Alter. Ich bin voll der Sniper aus dem Block, Alter. Ja. Mhm. Wie viele Schüsse hast du denn schon? Nein, nein, nein. Drei Mal daneben versammelt. Der ruft echt um die Kurven, der Arsch. Der ruft auch zu fahren, oder? Ah, der hat mich gar schon gesehen. Der ruft auch nicht. Der ruft auch nicht. Der ruft auch nicht. Der ruft auch nicht. auf den Fall night. Feindliche Ausdrehungsstrahlung. Ich bin glaube nicht Quadrus alles zu laufen, Alter. Der ist tatsächlich ein Pascale der Internet weiter Alter, da bist du. Gut, gut! Na, da sitzt der. Wo seite ihr? Die Jungenvent ats, wo seid ihr? Ich bin ein Stationärer Camper, ihr müsst zu mir kommen. da kommt der vorne ja nicht noch aber ich hab die hofnummer mit auf na aber da oben ist er, den krieg ich nicht weg der ist richtig nervig ich hab noch keiner erweitert, das ist halt richtig nein, ich würde überschießen den da heutzutage komm, ich schieß nochmal durch, lass ich lasst schauen, wegen das geschaut durch mein glück ist verstand, oder? jungen, wo seid ihr? meine güte, ich schieß ein scheißer, normalerweise sind wir die schon fünfmal getroffen vom glück können die auch nicht schießen nein, noch mal hinten das ist irgendwie so selten, das ist auch wieder irgendwie witzig ah, jetzt soll ich in der Augen nicht witzig aufgeschossen die werden schon recht nicht hinter mir ne gut, da geht es mir grad schon auf den Keks, warum schreit man die alles um mich weg? warum schieße ich jedes mal gegen die Mauer? vielleicht magst du die Mauer, weißt du es aber noch nicht so als wäre mir den Arsch da oben stehe oben jetzt ist der Arsch da oben schon weg ja, ich stehe oben ja, der Arsch da oben, den haben wir die ganze Zeit so genervt, das war nicht mehr lustig, ey vielleicht geht es da bis auf der Ecke steigt auf euer Gesicht ah, ich hab mich gescheit offen da unten, hinter der Kisten ist auf jeden Fall mehr einer hinter der Kisten, ich kann mich gar nicht aufsteigen kommt zu viel um die Ecke ja, der hat mich gar rumgelegt ich sag's immer so und ich hab hinter Schrodinger, ich hab ja immer Marsch geprüft alter, warum stirbst du denn? ja, klar und ich hab ja gesagt warum geb ich dem ein Handy, da ist voll immer sonst unten, hinter der Kisten aufpassen, ey es darf doch nicht mehr hinter der Kisten sein naja, es darf ja nur mehr hinter der Kisten sein da 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 oder da 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 Die sterben nicht beim ersten Schuss, oder? Jetzt, die Säcke! Wir haben sie weg! Bist du schon wieder da? Glaubst du kein Boom? Nein, doch nicht! Ich hab ihn erwischt! Jetzt macht es gerade Boom! Ich bin nicht mehr! Hup! Sprayer! Äh, der gleiche wie immer! Gute! Hat Sprayer war! Wir sind und fahrt hier, gell? Das ist nur noch weiß und fernartig! Wuuuuh, zwei am Fahne! Wunderschön! Ja, wir sind weg! Ja, wir sind weg! Der Clown Tiger mit seinem scheiß Sprayer! Der geht mir so auf den Senkel! Habe ich den jetzt nicht gemessen? Ja, das habe ich mir ausgespielt! Ja, der hat sogar noch ein Hady mit dem Sprayer gegeben! Echt? War ich da abgeschossen? Nein, ich war nicht da abgeschossen! Ja, der Fall ist so! Aber du hast trotzdem ein Hady mit der Schroßwinde kassiert! Hey, wie gut, oder? Ich kann eine gute Sache kassieren, oder? Boom, boom sagt er! Boom! Ja, der Clown, oder wie? Der Clown Tiger mit seiner... Mit 1770 sagt er Boom, Alter! Ich habe wenigstens 13.8 gespielt! Okay, ich würde sagen wir... Hup! Und bedanken uns und sagen wieder einmal Danke! Bis zum nächsten Mal! Und noch mal ganz... T實 in den nächsten Mal! Und jetzt bitte! Bei uns aus... Waalien? Und jetzt bei uns ... ...Tut? Ja, darauf hin... Wir haben doch unser Unbeziehung! Nee... Und jetzt bei uns... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.